Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Google AdWords eine Anzeige erstellen können. Wenn Sie eine Anzeigengruppe und eine Kampagne dazu gewählt haben, dann können Sie im Anschluss daran eine neue Anzeige erstellen. Sie geben hier also neue Anzeige ein und sehen dann hier schon eine Vorschau. Sie können hier eine URL eingeben, diese ist fiktiv in diesem Fall und können entsprechend einen Anzeigentitel eingeben und einen weiteren Titel. Sie haben hier immer nur sehr wenig Platz, wie Sie sehen. Immer nur 30 Zeichen. Wichtig ist jetzt hier, dass Sie zum einen hier eine Unterseite definieren. Das könnte so eine sein. Das heißt, die Landingpage, die Sie hinterher ansteuern, sollte nicht die Startseite sein, sondern tatsächlich eine Unterseite, die hinterher eben zu der Anzeigengruppe passt, die Sie vorab definiert haben. Und wichtig auch, Sie können hier dann noch zwei Pfade eingeben. Also Elektro, Rasenmäher, passt nicht, also Elektro und dann zweiter Pfad eben Rasenmäher. So. Und das wird dann eben entsprechend hier angezeigt in der Anzeige. Wichtig ist, dass das nicht identisch sein muss. Das heißt, die URL, die hier oben steht, die darf durchaus auch kryptisch sein, je nachdem, wenn Sie eben auch hier keine sogenannten sprechenden URLs für Ihre Seite haben. Dann kann hier eben auch eine kryptische URL stehen und ausgegeben wird dann aber hier eine sogenannte sprechende URL, also ein Pfad zu einer Website, den der Kunde auch versteht, also wo er etwas mit assoziiert, in diesem Fall eben Elektro-Rasenmäher. Dann können Sie dem Ganzen noch eine Beschreibung hinzufügen und das wieder hier die URL-Optionen sind, wieder für das Tracking, was wir hier in diesem Fall nicht behandeln werden. Das sind also die Möglichkeiten. Sie können sich das Ganze einmal auf der Desktop-Variante und einmal auf der mobilen Variante anzeigen lassen. Wichtig ist, dass Sie pro Anzeigengruppe mehrere Anzeigen erstellen sollten, die auch unterschiedlich nuanciert sein sollten. Das bedeutet, dass Sie zwei oder drei Anzeigen je Anzeigengruppe haben, die unterschiedlich sind, so dass Google dann unterschiedliche Anzeigen rotieren kann. Also es werden immer wieder andere Anzeigen auch ausgespielt an die Kunden und Sie können dann eben im Verlauf der Kampagne sehen, welche Anzeige hat gut funktioniert, also auf welche Anzeige bekommen Sie viele Klicks und auf welche bekommen Sie weniger Klicks, so dass Sie hinterher messen können, welche Anzeige funktioniert gut und welche funktioniert nicht so gut. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass das aber dann eben nur ein Indikator darauf ist, wie gut ist die Anzeige zu dem jeweiligen Keyword-Set, was Sie in der Anzeigengruppe hinterlegt haben, ausgerichtet und nicht führt denn dann auch dieser Klick hinterher zu einem Kauf. Das heißt, das Tracking hinterher des Kaufabschlusses, das müssten Sie noch separat anlegen und dann eben entsprechend ein Monitoring hinterlegen, so dass Sie auch messen können, welche Umsätze werden denn auf Basis der Klicks auf diese spezifische Anzeige tatsächlich generiert. Vielen Dank. Vielen Dank.